Leute, willkommen zu meinem Blog. Ich krieg die Xbox nicht ab, Digga. Ich frag mal gleich meinen Vater, ob der mir hilft. Wer ist denn nicht der? Der kommt ja so um 14 Uhr. Das heißt, ich krieg die, Digga, schon ab. Alle, aber nicht am Fernsehen. Ähm. Da muss man den Fernsehen, glaub ich, abregen oder so. Oder den Schrank halt verschieben. Und das klappt halt nicht. Man muss ja irgendwie dahinter gucken. Ich denk, man muss einfach nur den Schrank witzig schieben. Oder das, Alter, der ist schwer, Digga. Da gibt's, Küftespieß. Ich halt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich pack weiter meine Tasche. Weil ich heute geh ja zu Ben. Aber ich werd, die Xbox werd ich mitnehmen. Aber das ist nur ne Frage der Zeit, bis ich die wieder hab. Also, ich bin halt so fit dafür. Da, genau da, wo dieses Ding da ist. Hinter. Deshalb, ähm. Diese sind die ganzen Karten. Karten. Tut mir leid, wenn man mich jetzt gesehen hat, Digga. Ich werd das rauskratten. Aber, ähm, ja. Ich pack da mal weiter meine Tasche. Ich mach nicht so weit alles. Ich muss auch noch mein Handy aufladen. So, Leute. Ich bin jetzt hier wieder in meinem Zimmer. Und, ja, jetzt sehen wir, ich bin jetzt hier in meinem Zimmer. Ups. Ähm. Ja. Was soll ich denn mitnehmen zu Ben? Auf jeden Fall Kleider. Die hab ich schon. Reit gemacht. Keine Schuhe, ich hab mal ein Bauer an der Stelle. Bauer. So, schlafen wir. Das hat mir gedacht. Was ist das? Ein Schlaftichert. Okay. Dann noch ein paar. Ähm. Warum sind hier, wenn wir Sommer haben, sind hier die Sommersocken? Äh, die Wintersocken. Und da hinten hinter der Tür die Dingenssocken. Ich hol die mal eben, Leute. So, Leute. Wie uns schwer erkennt. Ich hab die jetzt geholt. Ähm. Die werde ich am Morgen anziehen, weil das sind so ganz kurze. Ich hab hier eine Verletzung, Digga. Ähm. Rein mit die Fischers. Ähm. Die werde ich gleich anziehen. Auf Beds gefäppert. Ähm. So. Dann müssen wir noch ein Outfit. Nee, ein Outfit eigentlich nicht. Ich kann das halt auch mitziehen. Stink halt nicht. Aber. Ähm. Bettbächer und sowas, ne? Ich nehm einfach hier. Aber warte mal. Ich katte mal kurz. Dann tue ich das alles da rein. Bis gleich, Leute. So, Leute. So, Leute. Ich hab das jetzt hier reingetun. Getun. Deutsch lernen muss ich auch nochmal. So. Jetzt. Ähm. Ich werde den Vlog das ganzen Tag machen. Aber da. Man sieht. Hier zum Beispiel. Dass ich geringen Akku hab. Also hier so. Ähm. Oder auch hier oben. Und da. Da. Ähm. Werde ich jetzt das Handy aufladen. Bis mein Vater kommt und so. Ich werde das Video erstmal cutten. Und dann sehen wir uns gleich, wenn mein Akku etwas voller ist. Und wenn ich. Wenn ich die Xbox abkriege. Bis später, Leute. So, Leute. Ich bin kurz so zwischenspannend. Das heißt, heute wird nicht gestreamt, weil, ähm, weil ich die Xbox nicht mitnehmen kann. Äh, ja, aber trotzdem ist trotzdem ein geiles Leben, weil ich bin ja immer auf der Switch oder so vom Band. Ähm, aber kann man machen. Ich muss nur eine Kultur dazu, wie das heißt. Ähm. Minecraft. Ich hab's schon mal echt. Ähm. Was war noch? Ähm. Drei Stunden, Digga. Vier Stunden. Ähm. Ja, Leute. Ich mach das jetzt zu. Bis später. Die Tasche ist hier gepackt. Was soll denn sein, ey? Leute. Ja, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Guck mal. Ich hab hier. Autoschlüssel. Hab ein bisschen Müller getrinkt. Jetzt geht's abzubänden, Alter. Natürlich fahr ich nicht selber, Digga. Das wär's komplett. Ich hab's gut gemacht. Aber ohne das Stream heute, Digga. Das brennt. Das ist wirklich kacke. Aber Hauptsache. Das ist besser als Nächste. Sag ich jetzt mal so. Sag ich jetzt mal so. Sag ich jetzt mal so. Ich hab kein Streaming-Setup oder so. Weil das kann ich nicht mitnehmen. Ärrenlos. Aber. Soll ich mal so. Wegen Zensieren. Wegen Zensieren. Das ist nun mal ein Schild. Habt man jetzt auch gesehen. Nicht. So. Warte mal jetzt mal alles hinlegen. So, Leute. Bis, wenn wir da sind. So, Leute. Da bin ich wieder angekommen. Hier bei Ben, Alter. Und bis gleich. Bis ich oben bin. So, Leute. Ich bin bei Ben angekommen. Hier, Digga. Guck mal hier, Alter. Hier, guck mal hier. Sogar bist du. Scheiß, Alter. Guck mal die Fresse. Hier, guck mal hier. Guck mal. Das ist Ben. Alles klar. Ja. Ich mach mal jetzt hier so. Ego-Ego-Perspektiven-Style. Und wie läuft das heute mit dem Stream? Ja. Hab ich schon gesagt. Als ich noch zu Hause war. Um 10 Uhr. Hab ich den Vlog angefangen, Digga. Wir haben jetzt 14 Uhr irgendwas. Bruder muss los. Erstmal hier hinsetzen jetzt. Ich muss jetzt erstmal hier. Erstmal hier hinsetzen. Ach ja. Was sollen wir für eine Scheiße machen? Keine Ahnung. Zocken? Zocken. Würde ich auch sagen. Das Fenster geht doch scheiße an, ey. Ich muss nicht noch mal ratzehörschlafen. Sag ich doch, ey. Ich mach mich auch nicht an. Jetzt fällt mir nicht an. Der Fernsehen. Eine Ewigkeit später. Guck mal in den Kopf. Guck mal in den Kopf. Guck mal. Psych. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal. Guck mal. Sprachschätze. Guck mal. Guck mal. Oh mein Gott. Psych. Junge, der noch nie in seinem Leben vorhin nicht gesehen hat. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist sogar dieser Skin. Der sieht so hässig aus so. Guck mal, wie hässig der aussieht, Ben. Ich weiß. Behinderung. Mit Mund-Nasen-Schutz sieht er eigentlich alles so geil aus. Mit Mund-Nasen-Schutz. Guck mal, so ganz speedy und alles heimlich. Corona. Was der alles für Nose-Skins hat. Alter, hat der viele Nose-Skins. Corona. Guck mal, der hat sogar Marshmallow, Leute. Ah, geil. Corona. Oh, der ist geil. Oh, der ist geil. Guck mal hier. Guck mal, die ganze Skin dann. Guck mal, mit Brutus-Helm. Guck mal hier. Guck mal hier. Merkt uns dieses Blut? Warte mal, ich mach einmal einen Cut, dann ist es einfacher zu merken. So, Leute, Digga. Guck mal hier, Alter. Wir haben ihn verwandelt. Sie, meine ich. Es tut mir leid. Nee, Brutus, dieser Penner, der wurde zu der hier. Brutus ist aber dünn geworden, Alter. Der hat es richtig abgenommen. Ich weiß. Wie fühlen Sie sich, dass Brutus abgenommen hat? Ich fühle mich pervers. Das ist... Oh, mein Gott. Wow. Könnte man auch mit Xbox-Controller drauf spielen? Ja. Ja, moin. Habe ich erst mal zu Hause liegen lassen? Du musst ihn aber verbinden. Ja, ist mir egal. Aber es ist ja eigentlich so wie ein Xbox-Controller. Habe ich mein Ladekabel mitgenommen, ja. Ja, okay. Und theoretisch ist das ja ein Xbox-Controller, ne? Ja, theoretisch, Ben. Wie viel... Kann man das auch mit PS4-Controller machen? Was? Da anstufen. Das weiß ich nicht. Aber ist doch Bluetooth-Ding. Das war ja nicht. Könnte man theoretisch, ja. Das sieht so behindert aus. Ich weiß es gerade nicht. Guck mal, die haben das erneuert. Es gab heute ein Update. Ich weiß. Voll scheiße, ne? Ja. Der, man kann jetzt Sachen werfen, wo man seine Waffen aufrüsten kann. So richtiger Abfahrt. Diese Aufdürfstation kann man jetzt... Ja. Können wir die jetzt werfen? Ja. Wenn man welche findet, ja. Warte, ich guck dir jetzt... Machen wir erst mal den Ton an, Alter. Ich will was hören. Ja. Guck mal, bestes Let's Play. Du auch mit. Der, warum hab ich den Skin? Hä? Bin da rum. Speichern. Das ist ja komisch, Digga. Das ist ja komisch geworden. Hallo. Wenn ich jetzt mit dem Skin spiele, Digga. Ich fühle mich verarscht von Fortnite. Da. Du kannst dein Bild schon filmen. Du kannst dein Bild schon filmen. So müsste gleich dieser Lading Screen kommen. Wie schade, dass ich keinen Cutter habe. Kann ich das hier irgendwie wegtun? Ja, das ist dein Kissen. Das ist alles. was du damit machst. Ach du Scheiße. Und darauf zockst du. Digga, wie soll ich das schaffen? Also ich mach kurz den Cut. Ich mach das erstmal weg. Wo soll ich gehen, Leute? Da ist der Autistin, Digga. Ich mach mal ein Fenster aufmachen, ey. Nee, nicht das. Nicht das. Mach das andere auf, da drüber. Wo ist denn da ein Fenster drüber? Das hier? Ja. Ich muss an den Fernseher aber auf, das Fenster auftreten. Wie geht das? Hallo? Wie geht das auf? Ganz normal? Zock du mal weiter. Zock du. Zock du. Zock du. Wir lernen Autistin. Ja, ich muss erstmal Cut machen. So, Digga. Erstmal hier. Loll, Rote Ritter ist mal wieder im Shop, Digga. Loll, ich glaub das war's mit dem Vlog heute, ne? Ciao!